Was geht ab? Mann, liebe Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Ich habe gerade so doll genuschelt, wie in meinem Leben noch nicht, glaube ich. Aber ich freue mich sehr drauf. Wir schauen uns heute das Interview von Nova an. Dann haben wir morgen also noch das Interview von Knossi, worauf ich mich auch sehr freue. Und dann war es das schon mit Seven vs. Wild. Ich habe uns, wir haben uns dann noch alles zusammen angesehen, was es gab. Es gab eine kleine Verspätung auch bei mir, es tut mir leid. Aber ich finde gut, dass wir alles noch zusammen ansehen konnten, durchgezogen haben. Und ich freue mich sehr drauf. Ich bin sehr gespannt, was Nova sagt. Ich glaube, sie ist ein bisschen traurig, dass sie nicht weitergekommen ist. Aber so oder so kann sie, das habe ich auch schon in den Folgen gesagt, auf ihre Leistung unfassbar stolz sein. Sie hat so durchgezogen, finde ich. Und alles gegeben, das hat man gemerkt. Und wenn es nicht mehr geht, dann geht es eben nicht mehr. Ich bin einfach stolz auf sie und freue mich drauf, zu sehen, was sie zu sagen hat von dem Ganzen. Und ja, würde sagen, wir gehen rein. Und bevor es losgeht, entschuldigt bitte die schlechte Audioqualität. Uns ist leider eine Datei kaputt gegangen, weswegen wir mit dieser Qualität Vorlieb nehmen müssen. Der Drop-Off war in dieser Staffel deutlich extremer. Erzähl uns bitte, wie der Tag für dich abgelaufen ist und wie du ihn wahrgenommen hast. Ja, ähm... Ach so, das geht doch voll. Ich habe jetzt mit so einer Krüppelqualität so gerechnet. Aber das ist doch voll, völlig feine Quality. Ist doch völlig gut. Alles fein. Sehr durchwachsen. Also wir sind ja angekommen, beziehungsweise mit dem Flugzeug hier auf die Insel geflogen. Und dann wurde uns ja auch beim Start sozusagen gesagt, ja, hat jemand irgendwie Seekrankheit? Sonst irgendwie, wenn jemand eine Seekrankheit war, war so, nee. Da war für uns halt schon klar. Natürlich als Teilnehmer hat man die Superfeeling so schon probiert rauszufinden. Okay, weil wir wussten ja gar nichts. Und dann haben wir aber ein bisschen gedacht so, okay, vielleicht Helikopter vielleicht. So, und dann durch die Seekrankheit waren wir halt so, ja, okay. Nächste Staffel einfach mit U-Boot oder Rakete abgeworfen. Staffel 1, wir fahren mit dem Boot raus. Jeder zieht sich nackt aus, packt seine Sache in den Drybag und dann Yala abfährt. Ja, und dann kommen wir in ein anderes Flugzeug. Dann stehen ja drei Helikopter und dann wird los. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr große Überraschung. Und keiner wusste halt auch irgendwie so richtig, so, was jetzt genau passiert. Und dann wurden wir eingeteilt, sind hochgeflogen. Und ab da war man irgendwie einfach voll in den Wind. Tunnelblick, oder einfach so, bam. Man ist über die ganze Insel geflogen, unter allem so diese komplette grüne Hölle. Das war richtig krass. Und dann, also das Adrenalin, ich meine, wirklich mein Herz ging auch so richtig klopfend, und als es dann hieß, ja, Kinova spring jetzt raus. Junge, ich hätt's nicht gepackt, glaube ich. Ich wär da schon unmütig geworden. Ich wär da so kompletten Klamotten an. Also ich hatte Handschuhe an, meine Wanderstiefel. Das ist so schwer, da zu schwimmen, ne? Ich hatte noch meine Regenjacke unter Warn und mein Boot. So, und in der anderen hat auch eine GoPro, so für die schönen Aufnahmen dann auch noch. Und ja, bin da halt reingesprungen. Halt, ich wusste halt gar nicht, was mich erwartet. Ich hab auch das eingeschätzt, dass ich so ganz andere Probleme haben werde vor Ort. Also beispielsweise Wassergewinnung, da hab ich mir übelst den Kopf drüber. gemacht und so, ja, eventuell Salzwasser destillieren, Plastikflaschen sammeln, sonst irgendwie was. So Kokosnusswasser, ich hatte mein Wasserbilder ja auch dabei. Ja, und das war gar kein Problem. Also das, ich hatte durchaus eine Süßwasserquelle, aber es war super spannend, weil einfach manche Probleme waren, über die man sich gar nicht Gedanken gemacht hat. Und dann andere Probleme, die man als so fast schon gelöst irgendwie erachtet, so, die waren halt ein richtiger Struggle. Das ist das, was jeder irgendwie gesagt hat, na gerade auch Fritz zum Beispiel. Egal, wie du dich vorbereitet hast, es hat quasi nichts geholfen, weil alles einfach ganz anders war als gedacht. Also es war... Was wäre ein Beispiel für so ein Problem oder was war dein größtes Problem in den Tagen? Also für mich... Also auf jeden Fall soziale Kontakte, ne? Persönlich das größte Problem... Isolation. Isolation, 100%. Also das hätte ich nie so erwartet, dass einen das so sehr mitnimmt und dass einen das so... Also mich besonders als Mensch, was jetzt vielleicht, wenn ich das so rückwirkend betrachte, auch vielleicht Sinn ergibt, ich bin ein sehr sozialer Mensch, so. Ich meine, ich mache Streamerin, so. Also ich so, wenn man mir halt diese Komponente nimmt und auch so, ich bin ein super familiärer Mensch, also ist meine Familie richtig wichtig, so. Ich habe mit denen jeden Tag Kontakt und auch meine Freunde, meine Liebsten, so, das sind alles Menschen, mit denen ich immer irgendwie im Austausch bin. Und das ist so ein Beispiel dessen, dass ich nicht erwartet hätte, dass vier Tage ohne menschlicher Kontakt, dass mich das... So krass mitbringt. ...so an mein Limit bringt, dass ich wirklich... Also, dass es nicht mehr ging. Ich glaube, das kann man aber auch einfach nicht nachvollziehen, weil keiner von uns hatte das. Selbst wenn ihr sagt, ja, ich wohne allein und habe auch mal in vier Tagen mit niemandem geredet, und es ist was anderes, ob du vier Tage niemanden hörst auch. Kein Netflix, YouTube. Vier Tage Raum, Wand angucken. Das wäre das Eheste, was da rankommt. Das kann man nicht nachvollziehen, Mann. Das geht nicht. ...so schlimm war, dass ich so wirklich Panikattacken bekommen habe. Und das hätte ich nicht... Ich hätte mit so vielen anderen Dingen gerechnet, mit Krokodilen, Schlangen, Spinnen, sonst irgendwie was. Aber das ist dann am Ende einfach... Leider, was ein banaler Fakt ist, dass ich mit Isolation, dass mir das viel zu viel war, hätte ich auch nicht gedacht. Sondern muss man ja erst mal erfahren, um das dann so als, ja. Du hast gerade eben schon angedeutet, verrückte Dinge gefunden zu haben. Was war so das Verrückteste, was du gefunden hast? Ähm, ja, das war... Das war der Drucker, glaube ich, oder? Ah, ich weiß nicht. Es war auf jeden Fall ein Säugetierknochen, der noch Fleiß oben dran hatte. Und der Knochen unten so rausgeguckt hat und der Knochen war schon so richtig wabbelig, weil er schon so lange im Meer war. Und das war so ziemlich widerlich, weil ich mir gedacht habe, das war auch ein echt großer Durchmesser. Also es muss... Ich weiß nicht, was das gewesen ist. Wildschwein vielleicht. Es muss irgendein großes Säugetier sein, was da anscheinend irgendwie von irgendeinem Meeresbewohner vergnutzt verkelt wurde. Oder es war schon... Also großes Säugetierknochen, aber Wildschwein ist schon zu groß. Vielleicht ein Wildschweinferkel so. War sonst großes Säugetier. Also halt, ähm, ja, weiß ich gar nicht, was es sonst so gibt. Das ist ja echt sehr widerlich. Ich habe Flip-Locks in allen Procs auch ultra viel gefunden. Ja, das war so komisch, ne? Bei jedem. Autositze, ähm... Krass. Drucker. Ja, der Drucker gefunden. All den Einzelteilen, wo ich dann einen Teil auf der rechten Seite und auch einen Teil auf der linken Seite gefunden habe. Also wirklich ganz folgend. Auch teilweise so, ähm, aus so Schaumstoff, so Zeichen, wie die Kinder an der Grundschule machen. Und das war dann irgendwie so ein spanischer Name. Ich weiß es nicht mehr genau, ich kann es nicht genau lesen, weil mich so etwas abgeblättert war. So eine Polizei, so ein Sheriff-Ding oder so. Also so krüner Sachen. Krass, so komisch, ne? Ich habe Fußball gemacht. Wie ist es für dich jetzt wieder in der Zivilisation zu sein? Freust du dich? Bist du wehmütig abgebrochen zu haben? Wie geht es dir allgemein mit der Entscheidung? Ähm, also der Moment, an dem ich so für mich selbst entschieden habe, so ich drück den Knopf jetzt, ich kann nicht mehr. War ein schöner Moment, glaube ich. War richtig hart. Oh echt? Ich dachte, das war so, also hart, klar, aber dann so sehr erleichternd, weil Sabrina meinte, dass das ein schöner Moment war für sie zum Beispiel. Dass sie dachte, okay, jetzt kann ich durchatmen, ich weiß, ich werde abgeholt morgen oder so, weißt du. Für sie war es eher schön, aber klar, bei Nova, sie hat halt auch gestruggelt, weil sie auch Angst hatte, was die Leute sagen, so ein bisschen vielleicht. Klar, geweint, weil ich so erleichtert war, aber andererseits auch einfach war ich auch so enttäuscht irgendwie von mir selbst und war so, das ist doch jetzt nicht wahr. Und ich wollte halt diese sieben Tage so krass durchziehen und war, ja, für mich war das richtig schwer und ich war teilweise auch super enttäuscht von mir selbst, super sauer. Muss sie aber gar nicht sein. Aber einfach nervisiert, so, das geht nicht mehr. So, ich musste jetzt abbrechen und. War völlig die richtige Entscheidung. War wirklich ein Hin und Her, ähm, aber ich bin umso dankbarer, jetzt wieder, also ich meine, ich bin keine Survival-Kurie, du bist es nicht, mein Content. Und ich habe mich trotzdem mit der Aufgabe gestellt und ich habe es trotzdem gemacht und klar, ich bin jetzt nur zum vierten Tag gekommen, aber, ähm, ich glaube, dafür muss ich mich jetzt selber nicht irgendwie strafen oder da jetzt irgendwie, äh, sauer auf mich sein, so. Ich habe es versucht, so. Voll. Sie hat es so gut gemacht, finde ich. So, da war meine, ähm, und, genau, und ich bin so dankbar, sie da, in einer Civilisation zu sein. Ich schätze auch teilweise Sachen irgendwie wert, die ein für ein Normalität sind, so eine Dusche. Weil, das war so schön, eben zu duschen, das war, ich habe davon geträumt, dass ich duschen gehen darf, also solche Sachen, so Kleinigkeiten einfach, die man einfach wertschätzt und. Also ich glaube, duschen war für jeden einfach big, duschen war für jeden krass. Für mich auch nochmal so, dass ich auch so dankbar bin, dass ich so ein liebes Umfeld habe, das ich so gerne mag und die auch so mit mir gefiebert haben und so und, ja, und dass ich nie wieder im Leben so lange resultiert sein möchte. An Tag drei hat es ja angefangen, richtig stark zu gewittern. Wie war das für dich, so etwas ohne Schutz zum ersten Mal hautnah mitzuerleben? Also das Unwetter an Tag drei war auch für uns Teilnehmer richtig krass. Ich weiß nicht, wie es für die anderen ist, aber ich denke, die waren auch so geschockt, so wie ihr, wie auch ich es war. Es war wirklich sehr gruselig. Ich glaube, das von Nova wurde tatsächlich schon aufgenommen, als die anderen noch im Camp waren, oder? Weil sie hat auch einen anderen Spot anhand von Interview bekommen. Das war ja auch bei Sabrina nachher der Endgegner, dass die Flut kam, Schelter weg. Ja, als ich geschlafen habe und sowas. Das war schon, also da hatte ich schon echt Angst, ich lag wirklich in meinem Biwaksack so und habe immer so ein bisschen rausgenuschert und dachte, die Welt geht unter. Also das war schon echt nicht ein schönes Gefühl, so die Naturgewalten so ausgesetzt zu sein. Ich habe mir da echt einfach mal gewünscht, ein Haus zu haben, wo da ein Dach ist. Was nimmst du Positives für dich aus dem Projekt mit? Also in den vier Tagen habe ich für mich... Ich glaube, da hat man auch gemerkt, also gerade Nova hat, glaube ich, gemerkt, wie wichtig ihr Freund und Familie sind, wie krass man das auch wertschätzen muss. Ich habe auf jeden Fall gelernt, also mitgenommen, dass ich sowas machen kann und dass ich die Challenge halt auch angenommen habe. Und das war für mich schon mal so ein krasses Learning, einfach so diesen Mut zu haben, Sachen zu tun und halt auch der Grund, wie gesagt, meines Ausstiegs, dass ich halt ein unendlich sozialer Mensch bin. Und dass ich das einfach für mein Leben auch einfach brauche und dass, wenn mir das fehlt, dass ich so nicht existieren kann. Und ich möchte nie wieder in meinem Leben vier Tage isoliert sein. Das habe ich auch mitgenommen. Aber es war eine schöne Erfahrung. Ich bin über mich rausgewachsen und auch wenn es für andere Grenzen woanders liegt, lag da meine. Und ich habe sie halt trotzdem bis dahin ausgereizt und ich glaube, das ist... Würdest du deinen besten Freunden so eine Erfahrung wünschen oder sogar empfehlen? Ich glaube, jeder, jeder. Empfehlen würde ich das tendenziell, glaube ich, niemandem, wenn ich ehrlich bin. Echt nicht? Ich glaube, es wäre für jeden eine Bereicherung. Selbst wenn es so für zwei Tage wäre. Ich würde sagen, ja, also ich hätte das aber anders gemacht und ich hätte sieben Tage absolut durchgehalten und bla 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 und die blonde Frito sieht bla bla bla. Aber um ehrlich zu sein, also ich glaube, niemand ist sich bewusst, wie krass das war. Und auch wenn man so die erste Staffel geschaut hat und das jetzt so von außen mitbekommt, da wirklich vor Ort zu sein. Und man sieht ja auch selbst in der Ausstrahlung immer nur kurze Momente, aber vier, also bei mir, vier Tage komplett. Du sitzt da, mein Entertainment fand high. Aber das war ein gutes Entertainment. Das war schon ein besseres Pass als bei den anderen. Also es war wirklich eine unglaublich krass Erfahrung. Das war schon krass eigentlich, dass ich ein High gesehen habe. Wenn ihr nicht geisteskrank seid, dann macht das. So haut rein. Aber ich persönlich muss sagen, ich halte eigentlich schon viel aus. Ja, aber es war toll, war spannend, aber so eine Empfehlung würde ich jetzt nicht aussprechen. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch für deine Leistung und viel Spaß zurück in der Zivilisation. Danke euch. Endlich in den verdienten Feierabend. Ich würde es, glaube ich, jedem empfehlen, aber ich war nicht da. Das ist vielleicht das Problem, deswegen kann ich das vielleicht nicht so ganz beurteilen. Ey, es war schön, nur noch mal so reden zu hören. Sie hat auf jeden Fall gemerkt, glaube ich, dass sie auf ihre Leistung auch stolz sein kann, ja. Deswegen, ich bin super stolz auf sie. Und ja, es war schön, noch mal ihre Meinung so zu hören, weil sie auch viel mehr beschrieben hat, was sie gefunden hat auf der Insel. Ich freue mich sehr auf morgen, haben wir das Interview von Knossi. Ich hoffe, ihr seid auch am Start. Ansonsten, Freunde, wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Bleibt so fresh und gut aussehen wie immer und ciao.